Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video, wo wir was auspacken. Ich habe einen riesengroßen, wirklich, kriegen kaum kommen, schweren Koffergeschick gekriegt von TBK. TBK ist ein technisches Büro Kulik, das sind die Hackko-Vertreter hier in Europa. Das ist der Lieferant, wo ich die ganzen Lötkolben und so weiter kaufe und bei mir im Shop dann weiterverkaufe, also der Generalimporteur in Europa. Die haben natürlich nicht nur Lötkolben, sondern die haben auch unter anderem, Überraschung, ich sage es euch noch nicht, die haben auch andere Dinge, sagen wir mal so, sie haben auch andere Dinge. Eines dieser anderen Dinge haben sie mir geschickt, in einem wirklich großen, wehren Koffer, ein Messevorführgerät. Es hat schon bessere Zeiten gehabt, wurde mir gesagt, es sieht nicht mehr ganz so frisch aus, aber macht nichts, solange es funktioniert, ist es für uns mehr als ausreichend. Ich habe gekriegt, ich hole euch mal näher ran, damit ihr seht, was ich gekriegt habe, eine Optilia-Inspektionskamera und zwar eine richtig, richtig coole Kamera mit, ich weiß die ganzen Daten noch nicht so ganz genau, ich muss mir das erst anschauen, was das genau wirklich ist, was ich gekriegt habe. Wir bauen es jetzt einfach mal auf und dann schauen wir uns das Ganze mal an, machen mal ein paar Testaufnahmen. Es ist eine Inspektionskamera, also eine Kamera, die man quasi über einem von oben runter gucken lässt, wo man dann löten kann und so Dinge. Das Ganze hat so komische RGB-Anschlüsse, also so analog Anschlüsse, aber mir wurde dazu gegeben, so ein Umwandler von diesem Yellow, Blue, Red auf HDMI. Das heißt, wir sollten das theoretisch mit der Capture-Karte problemlos reinkriegen. Wir haben einmal das da, dann ist hier ein Netzteil, 5 Volt, das wäre dann das Netzteil sozusagen für den Adapter. Dann packen wir einfach mal nach und nach aus und schauen, was alles dabei ist. Wir haben hier einen, boah, ist das alles schön massiv, guckt euch mal diese schöne massive Rändel hier an. Das ist eigentlich mal eine richtig, also das ist Alu, nichts mit Kunststoff, ne. Und das ist eine richtig schöne gedrehte Rändel. Boah, so muss das sein, so muss eine Rändel aussehen, Leute. Hammer. Also das wird vermutlich das Teil sein, wo man dann die Stange von oben mit der Stange nach vorne verbindet. Ich hoffe, es ist irgendwie eine Anleitung dabei. Die Fernbindung dabei, die Kamera hat nämlich eine Fernbindung, plus, minus, größer, kleiner. Reselect, Fokus, wir werden sehen, was das alles kann. Also Kamera und hier auch nochmal irgendwie Strom hat es auch nochmal irgendwie dabei. Dann ist hier irgendwie ein Glas irgendwas drin, so ein Glasmaßstab. Vermutlich brauchen wir das, um es dann irgendwie zu kalibrieren oder so, würde ich jetzt einfach mal ganz naiv tippen. Da ist nochmal eine Linse drin, Close-Up Lens für Nahaufnahmen, plus zwei. Okay, F gleich 500 Millimeter haben wir da, also 500 Millimeter Objektiv. Da ist nichts mehr drin, da ist nochmal ein Stromkabel. Da sind Inbusschlüssel und hier haben wir eine, oh mein Gott, eine Platte, die kommt unten rein. Und ich gehe die jetzt mal ganz schnell wiegen, damit ihr wisst, wie schwer die ist. Also das kleine Ding hat knapp 5 Kilo. Keine Ahnung, was das für ein Material ist, also das ist ja quasi ein Bleischwertes Teil. Da vorne sind jetzt die Stangen drin, mit denen das Ganze vermutlich dann irgendwie auf dieses Stativ gebaut wird. Eine sehr große, also es ist alles so massiv gebaut, das ist echt, glaube ich, alles volles Alu. Das ist alles Aluminium, Aluminium, Aluminium. Also Kinderspielzeug haben die mir da keins geschickt, das ist schon anständig. Auch hier WD 500, WD 240. Hier nochmal die ganzen Einstellungen, wo man die Kamera vermutlich von der Höhe her hin justieren muss. Hier noch eine Tüte mit einem Dongle drin, vermutlich für irgendeine Software, das lassen wir jetzt nochmal außen vor. Dann war es das auch schon. Und dann kommt diese riesige Kiste weg und dann versuchen wir es einfach mal im Aufbau. Ich denke, es ist echt schwer. Also hier haben wir quasi, hier ist quasi eine Schraube drin. Also könnte es vermutlich sein, dass diese Schraube da einfach da unten reinpasst. Hier sind leichte Kratzspuren, große, also die Chance besteht. Also ob das Ganze jetzt so rum oder andersrum. So oder so. Wo war doch eine Anleitung dabei? Ich hätte vorher eine Anleitung in der Hand gehabt. Oben sind noch Zettel versteckt. Also hier sind gar keine Löcher eingezeichnet. Es ist total flexibel vermutlich. Ich packe es jetzt einfach mal so rum drauf, dass die Löcher mich angucken. Wenn es nicht richtig ist, ist sehr schnell gedreht. Dann wird vermutlich die Stange drauf kommen mit den Millimeter-Einstellungen hier, dass man Fokus weiß. Dann wird hier der Adapter drauf kommen. Und dann wird hier vorne, vermutlich kommt hier dann seitlich diese Schiene da in die Schraube rein, dass das da geführt ist, würde ich mal schätzen. Dann wird das Teil hier geschraubt. Und dann fehlen hier ein paar Millimeter. Ich nehme ihn einfach mal so zur Kenntnis. Ich sehe schon, das Ding, das wird hier vermutlich einfach fix stehen bleiben, so wie ich mich einsetze. Dann müssen wir mal die ganzen Kabel entwirren. Kabel entwirren, Kabel entwirren. Wie viele Kabel hätten Sie gerne? Ja. Dann braucht es natürlich Strom. Das finde ich mal total angenehm, dass hier so ein kurzes Stromkabel dabei ist, weil sonst hat man immer so ewig lange Stromkabel. Es leuchtet schon. Ich muss euch mal hier beides zeigen, oder? Farben und Kamera. Sehr schön. Und dann kommt jetzt noch der HDMI-Adapter. Also jetzt haben wir hier auch schon mal ein Kamerabild. Können wir es uns mal anschauen, ob wir es richtig zusammengebaut haben. Wir haben hier ein Optilia HD Inspection System, damit du mal ein paar Daten dazu bist. 720p High Definition Kamera, also halb Full HD und 350 bis 500 Millimeter Arbeitsabstand bei Freeside. Wir haben hier die Freeside Variante. Es gibt noch eine mit einem kleineren Abstand, 210 bis 240. Das wäre diese Easy View. Aber da oben steht Optilia Freeside, also kann ich da den größeren. Das gibt es auch mit 1080p, 60fps. Bla bla bla, bla bla, mit Capture-Karte, bla bla. Das haben wir einigermaßen so richtig montiert, wie das da drauf steht. Im Übrigen, das ist schon das Bild von der Kamera. Nur so zur Information. Und dann gibt es hier noch eine Anleitung zu dieser Fernbedienung dazu, die hier liegt. Und da ist es ziemlich interessant. Da haben wir ein paar Knöpfe. Wir können hier umschalten zwischen Helligkeit und Zoom. Wir hatten Zoom drin. Man sieht es jetzt genau hier. Wir sind auf Einfach Zoom. Ich kann jetzt hier die Helligkeit ändern. Einfach mal festhalber, dass man quasi hier das so einstellt, dass es halt einigermaßen angenehm ist für die Augen. Und wenn ich umstelle auf Zoom, kann ich hier den Zoom ändern. Also lang drauf bleiben, ändert er den Zoom jeweils um einen Schritt. Einmal kurz tippen, ändert er ihn um 0,1er Schritt den Zoom. Also kann man da genau schön den Zoom anpassen. Und das Ganze geht natürlich hoch bis zu einem 20-fach Zoom. Äh, 30-fach. Ich dachte, das Ding hat 20-fach. Ich weiß nicht. Eigentlich soll es schon 20-fach Zoom sein. Worum es jetzt auf 30 geht. Naja, egal. Man sieht es hier eigentlich ganz gut. Ähm, da, mein Finger. Also auch mit Autofokus-Funktion, die man da echt super gut erkennen kann. Und warum auch immer jetzt 30-fach Zoom. Eigentlich, wie gesagt, sollte er 20-fach Zoom haben. Jetzt gehen wir mal auf 20-fach runter. Nicht, dass er irgendwie hier einen optischen Zoom, einen Software-Zoom oder so reinmacht. Das wollen wir ja nicht. Wir gehen also jetzt einfach mal auf den 20er Zoom. Autofokus. Wir kommen da relativ weit hoch. Wir können erkennen, der Autofokus, der arbeitet da echt schön und gut. Aber jetzt wollen wir uns nicht so einen blöden Zettel anschauen. Anleitungen, Liste, Haio, normalerweise. Gar nicht. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal eine Platine an. Und da kann ich jetzt schon erkennen, ich brauche auf jeden Fall ein anderes Licht. Ich habe jetzt extra den Scheinwerfer eingeschaltet. Ihr seht, der ist ein Stück leißend hell. Ich brauche irgendwie ein Licht, das von oben runter guckt, dass ich da das vernünftig darstellen kann. So sieht es aus mit einem 20-fach Zoom. Und ich behaupte jetzt mal, wenn ich jetzt irgendwas löten würde drunter und ich den Bildschirm nicht da hinter der Kamera hätte, sondern jetzt den Bildschirm zum Beispiel hier hätte, könnte ich auch gucken, was ich hier sehe. Aber ich denke mal, ich würde es hier mal den Gscheiduino angucken. Ich kann jetzt einfach mal die Helligkeit ein bisschen hochdrehen. Die Möglichkeit haben wir ja. Wir können uns jetzt hier mal den Gscheiduino einfach angucken. Das passt. Also das sieht, glaube ich, echt gut aus. Ich glaube, da habe ich richtig noch viel Freude mit der Kamera, weil da können wir dann echt ganz, ganz schön viele tolle Dinge uns angucken. Lötvideos machen, Übungsvideos machen, gerade mit dem Arbeitsabstand hier. Das finde ich total genial, weil sonst die andere Kamera, die war ja immer hier, das Mikroskop, das ich hatte. Und die ist ja echt deutlich drüber. Autofokus funktioniert auch echt zuverlässig und super. Den kann man im Übrigen, jetzt gehen wir nochmal raus, dass ihr auch die Farbbilder ein wenig seht. Den Autofokus kann man im Übrigen hier mit der Fokustaste ausschalten. Dann wird der Autofokus deaktiviert, falls man das möchte. Und dann kann man hier mit den Plus-Minus-Tasten selber scharf und unscharf stellen. Das geht auch noch mit der Kamera. Also dann muss man halt hier einfach mit der Taste probieren oder halt eben wieder Autofokus reingeben und dann schaltet er selber um. Man kann, wie gesagt, Helligkeit, drehen wir jetzt wieder ein bisschen runter, Helligkeit einstellen und man hat hier den Zoom. Und jetzt kommt noch was Interessantes, wenn man die Taste gedrückt hält kurz, wenn man die Freeze-Taste einmal kurz drückt, dann hat er so Presets drin, in dem Fall jetzt 20-fach Zoom. Preset B, ich drücke nochmal, das wäre dann 10-fach Zoom im Preset A. Zeigt er auch hier unten dann schön an, wo wir gerade sind, da oben den Zoom. Und da unten das Preset, das wir eingestellt haben, kann man dazwischen diesen Presets hin- und herschalten oder halt dann einfach wieder selber irgendwas einstellen und selber am Preset arbeiten. Die kann man auch irgendwie speichern, die Presets, mit irgendwelchen Tassenkombinationen, das haben wir jetzt noch nicht angeschaut. Und wenn man die Freeze-Taste gedrückt hält, jetzt gehen wir noch ganz kurz ein bisschen raus, dass wir mehr sehen. Ah, so weit wollte ich jetzt nicht. Und wenn man die Freeze-Taste gedrückt hält, kann man zusätzlich noch ein Fadenkreuz einblenden. Dann hat man quasi mittig nochmal ein Fadenkreuz. Wenn man das möchte, dann kann man das da besser anzeigen, wie auch immer. Wenn man es nochmal gedrückt hält, blendet er alles aus, also hat man gar keine Anzeige mehr. Und wenn man es dann nochmal gedrückt hält, dann zeigt er eben wieder hier diese Informationen an mit dreifach Zoom und dem Preset, den wir eigentlich eingestellt hätten. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Und dann löten wir jetzt einfach mal hier unter dem Mikroskop. Gut, dass es neue Lötung einmal hier um den Kamerhalter gemacht hat. Normalerweise gucken wir jetzt auf den Bildschirm und dann kann man auf den Bildschirm gucken, wie man lötet. Ich kann natürlich jetzt nicht auf den Bildschirm gucken, weil der Bildschirm liegt woanders. Also müsst ihr für mich auf den Bildschirm gucken und mir nachher sagen in den Kommentaren, wie gut das funktioniert hat. Bin ich überhaupt richtig hier? Hier kann man es gut sehen. Das ist eh schon wundervoll perfekt verlötet, das Ganze. Von dem her muss ich eigentlich gar nicht nachlöten, aber einmal noch kurz drüber löten. Sieht, glaube ich, schon gut aus, oder? Kann man schon arbeiten. Also ich könnte jetzt sogar hier, wenn das wirklich über den Bildschirm geht, mir echt mal vorstellen, über so einen Bildschirm zu löten. Gerade bei ganz kleinen Teilen, glaube ich, macht das schon Sinn. Und wenn man sich dann da zum Beispiel mal irgendwelche Pins angucken muss, ob da Kurzschlüsse drin sind, geht man mal auf 20-fach Zoom, da kann man da, glaube ich, echt richtig schön reinschauen. Also ich hoffe, ihr freut es euch genauso sehr, wie ich mich freue, weil es wird da vermutlich echt ein paar mega, mega coole Videos geben, wo mir, ich habe euch ja eh schon SMD-Lotten beigebracht. Schreibt es mal in die Kommentare, was ich denn für Videos machen soll. Ob ihr vielleicht Ideen habt? Ich habe schon ein paar Ideen, die werde ich umsetzen, aber dann habt ihr auch noch ein paar coole Ideen, die ihr gerne mit der Kamera sehen möchtet. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall nochmal bei TPK ganz recht herzlich, dass wir die hier die Kamera kostenlos hergestellt haben, weil die Qualität sieht gut aus und wir können da echt ein paar tolle, tolle Videos machen. Vielen Dank, Leute, fürs Reinschauen. Vergesst den Abo-Knopf bitte nicht, der ist ganz wichtig für YouTube. Und ansonsten vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.